Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von VektorCAM TV. Heute möchten wir Ihnen einmal die projizierte Kurve aus unserem 5x-Simultan-Modul vorstellen. Und zwar, wir möchten jetzt diese Schrägen hier und dieses hier 5x-Simultan bearbeiten. Hierzu ist es wichtig, dass die Flächennormalen nach außen stehen. Dieses kann man hier einmal prüfen mit der Shift-N-Taste und dann sieht man hier diese Pfeile. Möglich, diese Normalen zu ändern, wäre hier im 3D-Cut über normale Umkehren. So, des Weiteren habe ich mir hier zwei Randkurven abgelegt. Einmal hier unten und einmal dort. Die brauche ich dann auch für die projizierte Kurve. So, ich habe jetzt hier diese steile Wand schon mit einer Konturbearbeitung bearbeitet. Und jetzt gehe ich in unser 5x-Simultan-Modul. Und zwar ins Merxenschlichten. Wähle jetzt erstmal ein Werkzeug aus, womit ich es fräsen möchte. Ich nehme jetzt hier den Messerkopf 32 und wähle hier erstmal die Strategie aus, die ich bearbeiten möchte. Und da nehme ich nun die projizierte Kurve. Da gibt es verschiedene Typen. Ich sage jetzt hier Benutzerdefiniert. Und wie soll diese Projektionsrichtung? Da gehe ich jetzt nach der Flächennormale. Und ich möchte links von der Kurve arbeiten. Kann hier noch mit dem Versatz arbeiten. Das möchte ich jetzt aber nicht. Was ich jetzt gleich auch machen kann, weil diese Kurve ist ja genauso lang wie die Fläche. Ich möchte erweitern und kürzen. Das heißt, am Anfang und Ende. Und da ich einen 16er Radius habe, sage ich einfach hier 20 mm als Wert. Und da auch 20 mm. Dass er außen halt zustellt. Sage okay. Bin hier dann in diesem Feld auch fertig. Und gehe dann in die Werkzeugachsenkontrolle. Ausgabe Typ 5-Achsig. Den maximalen Winkelschritt, den die Maschine machen darf. Sage ich mal 1 Grad. Und er soll nicht gekippt und senkrecht zur Fläche bleiben. Kollisionskontrolle brauche ich hier erstmal nicht. Mehrfachschnitte, die aktiviere ich jetzt und sage jetzt von dieser Fläche, ich habe ja noch ein bisschen Aufmerksamkeit, möchte ich 5 Schnitte machen mit einer Zustellung von 1 mm. Sage dann okay. Gehe jetzt noch in die Verknüpfung rein, weil ich brauche jetzt hier keine Anfahrt, weil er im Leeren zustellt. Nur zwischen den Schnitten würde er jetzt hier bei der großen Zustellung direkt fahren. Also er würde direkt durchs Teil fahren, weil ich keine Kollisionskontrolle habe. Hier sage ich dann einfach Rückzug auf den Sicherheitsbereich und lege hier in meinen Rückzügen einmal fest, wie er sich verhalten soll. Über die Ebene. Ich sage mal Benutzerdefiniert und Z 50 mm reicht mir da voll und ganz. Sage einmal okay. Und dann bin ich hier in diesem Feld auch fertig. Gehe dann zum Schluss natürlich in die Geometrieauswahl. Wähle meine Bearbeitungsfläche aus. Sage diese Flächen möchte ich jetzt bearbeiten. Bestätige sie. Gehe jetzt in die Projektion. Wähle die Kontur an. Sage Enter. Und sage okay. Und dann habe ich schon meinen 5-Ax-Simultan-Job sehr, sehr schnell. Ohne Flächen basierend, weil ich sage mal Flächen können immer Probleme bereiten, aber in so einer Randkurve bin ich halt sehr, sehr schnell am Programmieren. Genauso wie jetzt hier möchte ich jetzt das noch haben. Um jetzt diese gleichen Funktionen drin zu haben, gehe ich wieder ins Mehrachsen-Schlichten. Die Einstellungen sind ja alle drin. Ich gehe jetzt wieder hier in meine Geometrie. Bearbeitungsflächen. Wähle sie aus. Dann die Projektionslinie. Und sage auch okay. Und dann habe ich diese beiden Jobs schon fertig. Jetzt schauen wir uns das mal in der Simulation an. Das heißt, ich blende einmal alles ein. Hole mein Rohteil rein. Und gehe jetzt in die Simulation. Ich nehme hier auch gleich eine Maschine hinzu. Mein Werkstück blende ich einmal ein. Jetzt sieht man, es ist jetzt hier so angespannt. Ich nehme mal das Maschinengehäuse auch rein. Und mache einmal die Tür auf. So, jetzt sieht man, wie es hier platziert ist. Den ersten Job, da macht ihr die Konturbearbeitung. Den überspringe ich einmal. So, und jetzt sehen wir hier die 5-Achse-Montanbehaltung. Er würde jetzt halt auch meckern, wenn er außerhalb der Achsgrenzen wäre, etc. Ich schiebe mal das Terminal einmal ein bisschen an die Seite. So, und jetzt lassen wir das einmal laufen. So, und dann sind wir auch schon fertig. Diese Kontur hier, die sträge, die würde ich dann mit dem Walzfräsen machen. Das war jetzt mal so ein kleiner Tipp zum Projektionsfräsen im 5-Achse-Montan. Da kann man natürlich auch Schriften gravieren, etc. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, Ihr VectorCamp-Team. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, ihr VectorCamp-Team.